Ich bin mit Angst und Zweifel hergekommen. Wer geht schon gerne zum Zahnarzt? Hier gehe ich gerne her. Hier fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Denta Prime steht für mich für Kompetenz, Freundlichkeit, Kundenorientiertheit, Professionalität. Also alles ganz klasse. Dafür meinen herzlichsten Dank. Muss ich auch wieder sagen, alles sehr freundlich. Man hat sich sehr um mich bemüht. Die Person zählt hier. Sehr viel Sauberkeit, eine ganz tolle Hygiene. Alles im obersten Zustand, alles top. Ich bin mit dieser ganzen Sache, die ich jetzt schon erlebt habe, so sehr zufrieden. Und die Zähne, das fühlt sich alles gut an. Man kann viel besser lachen und essen und leben. Also Professionalität, Kompetenz, Freundlichkeit, kundenorientiert. Für mich ist Denta Prime der beste Zahnarzt, die beste Zahnklinik.